Was machst du da oben? Sie chillt einfach ihr Leben, Digga. Ja, warte mal. Oh, 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 jetzt wird's abgeschnitten. Guck ich an, sie, nee, jetzt. Ja, nee, mach raus aus meiner Ecke hier. Wer bezahlt denn hier die Miete? Du Bitch. Das kann nicht wahr sein. Da legen wir einen nach wie Snoop Dogg. Okay, pass auf. Penis! Oh, sie, sie, oh, jetzt. Ja, kriegste Rhythmusschwankungen, ne? Wirst du älter. Oh, oh, ja, jetzt, gleich vorbei. Ja, Freunde, da wisst ihr Bescheid, alle guten Dicke sind rein. So, die chillige Spinne hier am Start, ey. Was ist da los? Aber die chillt wirklich so, die ist voll auf Bob Marley Style. Jetzt können wir mal so ein bisschen Musik einblenden hier bitte. Regie? Achso, ich hab keine. Egal. Mach an. Oh, ja, ja. Hau mal ab hier, Freunde. Ja, ihr bleibt da, du Facksmann. Fliegen ist alles gut, Mann. Hau rein, Alter. Du bist das Beste. Machst du Faust? Machst du Faust? Guck. Machst du Faust? Alles klar. Hau rein, Digger. Ich geh arbeiten. Uuuuuh.